Weihnachten, ein Fest der Freude, der Zusammenkunft, der Zuwendung. Für viele Menschen, die sich bei uns melden, ist das schon in normalen Zeiten keine Selbstverständlichkeit. Wir wissen, in der aktuellen Pandemie verschärfen sich Isolation, Rückzug und Schwermut. Zögern Sie deshalb nicht, sich Rat und Unterstützung zu suchen beim Krisendienst Psychiatrie Oberbayern, gerade in krisenhaften, sich zuspitzenden Situationen bei suizidalen Gedanken. Rufen Sie uns an, wir sind telefonisch und auch im persönlichen Kontakt 24 Stunden, sieben Tage die Woche für Sie erreichbar. Wir vom Krisendienst Psychiatrie Oberbayern wünschen Ihnen aber trotz allem ein stimmiges Weihnachtsfest und ein gutes, ein besseres Jahr 2022. Wir sind auch über die Feiertage rund um die Uhr kostenlos für Sie erreichbar. Wir hören zu und beraten Sie, wie Sie aus einer seelischen Krise herausfinden. Vertraulich. Menschlich. Qualifiziert.